Was war überhaupt nur Positives? Überhaupt nur Positives. Ich habe mir das auch im Internet angeschaut, was da alles so läuft und so. Und habe das dann alles bestätigen können, was ich im Internet gesehen habe. Also auch wie der eine da sich gefreut hat, dass er jetzt neue Zähne hat. Es hat alles bestens gepasst und ich kann nichts Negatives mehr sagen. Also das war wirklich toll. Das ist viel Personal und alles. Pünktlichkeit ist sehr wichtig. Wenn ich zu Hause zum Zahnarzt gehe, dann kann ich auch mal zwei Stunden im Wartezimmer sitzen. Das ist mir da noch nie passiert. Wenn ich einmal fünf Minuten warten muss, dann kommt gleich jemand und sagt, Entschuldigung, das dauert etwas länger, aber das ist dann alles. Ich Vielen Dank.